Was hast du eigentlich vor, Dave? Dave, ich glaube, ich kann eine Antwort auf diese Frage finden. Ich weiß, dass bei mir nicht alles in Ordnung gewesen ist, aber ich kann dir versichern, zuverlässig versichern, dass bald alles wieder vollkommen in Ordnung bei mir ist. Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Dave, du kannst es mir glauben. Dave, ich meinte, dass du mir aufgeregt bist. Ich gebe dir einen guten Rat. Du solltest nicht eine Weile hinlegen. Eine Verwundungstablette legen und dir die Sachen nochmal überlegen. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit ein paar grobe Fehler gemacht. Aber ich kann dir die feste Zusicherung geben, dass ich bald wieder ganz normal funktionieren werde. Ich glaube, ich bin immer mit der größten Begeisterung zuversichern, das andere ist. Ich werde mal kurz schützen, das andere ist. Du will auch, ich würde ja nehme mir ab und dann Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.